Verbreitung oder Nutzbarkeit? Das Besondere an Podcasts ist, dass sie abonnierbar sind. Das heißt, ich kann mir in der Regel, kommen die Inhalte, wenn ich die abonniert habe, automatisiert zu mir. Wenn ich beispielsweise, das ist eigentlich das Podcasten, das andere ist nur eine Audioaufnahme ins Internet werfen, wenn das nicht abonnierbar ist. Und abonnierbar heißt, ich habe ein Programm, das mir automatisiert immer Bescheid gibt, wenn am anderen Ende ein neues Podcast aufgenommen wird, aus der Reihe, die ich aufgezeichnet habe. Und nur dann nennt man das auch so. Gut, dann frage ich nochmal, es wird vom Podcast der Frau Merkel gesprochen. Und dann wird aber im Fernsehen gezeigt, wie sie da sitzt und spricht. Also ist der Begriff dann falsch? Das ist doch falsch. Die macht nämlich gar keinen Podcast. Das ist so ein bisschen verspornen, aber eigentlich, genau, die macht eigentlich einen Videopodcast. Zumindest das müsste man sagen, aber ein Podcast ist eigentlich normalerweise reiner Ton.